Welcome back, Leute, zu einer neuen Podcast-Folge, eine interne Folge. Ihr dürft hier nur mit mir sein und ich freue mich riesig, wenn du, du da gerade draußen zuhörst, mit dabei bist und dir diese interne Folge heute anhörst. An der Stelle erstmal ein riesengroßes Danke dafür, dass du hier bist und dich für das, was ich hier rausgebe, interessierst. Heute interessierst du dich also auch für mich als Athletin Johanna, die jetzt ihre Saison 2024 am vergangenen Wochenende im Mai lang gestartet hat. Und ich sag's dir einfach, es ist unglaublich, denn in meinem Leben passiert einfach so unglaublich viel im Moment. Wenn du hier jeden, also jede Podcast-Folge hörst, beziehungsweise auch die letzten zwei internen Folgen gehört hast, dann wirst du auch auf dem aktuellen Stand sein, was ich meine mit Es passiert wirklich viel. Also viel Veränderung in vielen verschiedenen Lebensbereichen und das ist teilweise so, dass ich mir denke, wow, ich bin in so einem Science-Fiction-Film und ich bin quasi in meinem eigenen Film und bin die Hauptdarstellerin und ich schreibe das Drehbuch. Und das ist natürlich voll geil, weil ich schreibe das Drehbuch. Ich habe selber eine Hand und jede dieser Veränderungen, dafür bin ich auch eigenverantwortlich und entscheide mich bewusst dazu. Und gleichzeitig kannst du dir vielleicht ganz, ja, ein kleines bisschen vorstellen, dass quasi diese vielen Veränderungen auf einmal schon auch natürlich in irgendeiner Weise anstrengend sein können. Und das ist tatsächlich so, dass ich das merke, immer mal wieder zwischendurch, denke, wow, es geht alles so schnell, eben wie so ein Film, in dem du eben drin bist und der, der, ja, das Drehbuch auch schreibst irgendwo und du flitzt durch diesen Film und jede Woche, eigentlich fast jeder Tag, gibt es wieder irgendwie einen nächsten Step, eine Veränderung und dann gibt es wieder ein Up und Down. Also generell wie im Leben natürlich, ne, Ups und Downs und auch da wieder eine kleine Challenge zu lösen. So das nächste Problem, wo ich immer sage, ist eine Aufgabe, okay, let's go, wir finden eine Lösung. Und das geht halt gerade in einer Geschwindigkeit seit vielen Wochen, das ist unglaublich, Wahnsinn. Also dieses Jahr 2024 hat es unfassbar in sich und in diesem halben Jahr jetzt ist so krass viel passiert. Gut, das direkt mal vorweg. Wow, lasst uns mal kurz eins nach dem anderen aufnehmen, um euch auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen, was vor allem meine Athletinnenrolle angeht. Vielleicht starten wir kurz zum Thema Wettkämpfe letztes Jahr, denn so lange ist es ja eigentlich noch gar nicht her. Das war im November, am 20. November 2023 war mein letzter Wettkampf in Prag. Damals habe ich vier Wettkämpfe gemacht im Herbst und vielleicht einfach ganz kurz zusammenfassend. Es war die Saison nach dem, also das war mein Comeback nach meiner bisher größten sportlichen Verletzung und meinem größten sportlichen Tiefschlag der heftigen Knieoperation, wo ich wirklich viele Monate im Jahr 2022 out of order war, meinen Unterkörper faktisch nicht trainieren konnte und eine kurze Zeit nicht laufen konnte, quasi nur auf Krücken und wirklich mir teilweise der Boden oder den Füßen weggezogen war, weil meine Identität als sportliche, aktive Person, aber natürlich auch als Athletin erstmal weg war. Und von diesem Moment wieder hochzukrabbeln und es überhaupt geschafft zu haben auf eine Bühne, das war mein Ziel in 2023, mein Comeback. Dass ich selber mir, selber zeige, Johanna, du kannst das, du kannst es schaffen von diesem dieben Punkt, von dem, dass du dich anschaust und dir denkst, wo sind deine Muskeln, die du dir jemals auf, also alle harte Arbeit hast, wo sind sie hin? Und du kannst es schaffen wieder, nur so eine Form zu erarbeiten in einer Profiliga, dass du dich auf eine Bühne stellen kannst. Das war mein persönliches Ziel in 2023 und das wieder geschafft zu haben. Wow, ich will dich damit bestärken und dir sagen, es ist möglich und wenn du denkst, es geht nicht weiter, es geht weiter. Und der tiefste Moment und schlimmste Tag in deinem Leben wird vorbeigehen, die schlimmste Phase wird vorbeigehen, genauso wie die schönste Phase vorbeigeht. Nichts hält auf Dauer an. Und auf so einer Phase kommt immer wieder eine andere Phase. Wenn du wieder aufstehst, nicht liegen bleibst, das möchte ich dir direkt nochmal bestärkend mitgeben, es war eine Scheiße, in der waren ganz viele Geschenke und ich habe viele Geschenke gefunden. Bin nach dieser Zeit jetzt auch rückblickend dankbar für alles, was passiert ist, auch wenn es mit sehr viel Schmerz körperlich und physisch einhergegangen ist. 2023 also mein Comeback mit vier Wettkämpfen, vier verschiedenen Ländern, international. Und ich habe eine Form gebracht, dass ich sagen kann, ja, ich war da wieder oben gestanden zwischen Profis und ich war wahnsinnig stolz. Nur mit meiner Form jetzt mal rein, wie ich auch weiß, dass ich als Athletin aussehen kann, war ich noch nicht ganz so zufrieden, sodass ich gewusst habe, nein, da steckt mehr Potenzial in mir. Das ist nicht mein Ende meiner Wettkampfbühnenkarriere. Das war mir nicht mein einziges, warum ich weitergemacht habe, sondern auch wollte ich unbedingt natürlich einmal mir selbst, aber auch dir da draußen und der ganzen Welt zeigen, dass auch ein Profi-Bodybuilding-Wettkampfsport auf diesem Level, auf Weltklasse-Niveau, wo die Besten der Besten sich auf einer Bühne messen und treffen, dass es möglich ist mit weniger Verbissenheit, Steifheit, Sturheit, Druck und mit mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit. Und das wollte ich einmal für mich selbst erleben und das Ganze aber auch nach draußen tragen. Und ja, somit kurzes Fazit 2023. Ich habe mein Comeback gefeiert. Ich bin wahnsinnig stolz gewesen, es wieder hoch geschafft zu haben auf die Bühne. Es war mein oberstes Ziel. Und ich wusste aber, das ist noch nicht das Ende. Weiter ging es. Es war noch ein großes Thema, was mit einspielt, worum ich dich abholen muss, wie dann auch meine Improvement-Season, die vielleicht manche als Aufbauphase betiteln würden. Ich würde sie eher als einfach Verbesserungs-Improvement-Phase, Übergangsphase betiteln. Bezeichnen würde eben von November bis ich dann jetzt in die Prep gestartet bin, also Mitte Februar. Das ist ja kein langer Zeitraum und genauso will ich dich da abholen, was war anders als vorher in dieser Phase. Nach den Shows 2023 haben wir, wir haben Fazit gezogen, analysiert, meine Rückseite, der Unterkörper, die Beinrückseite, die Hamstrings, als aber auch der Glut und dieser Übergang, auch Teil ins, das war so verschwommen. Da war so ein richtiger, wie so ein Butterfilm drauf. Wir dachten am Anfang, das ist irgendwie noch fett. Aber dann waren wir echt fettfrei, auch im Oberkörper und so. Und dann war das eher so Gewebethema. Wir haben herausgefunden, okay, das ist einfach mein bekanntes Gewebe, was nicht so gut ist, was sich einfach durch diese Verletzung und das, was da natürlich der Körper alles durchmacht. Also ich hatte dann so ein Bein, dann habe ich nach der Verletzung einen ordentlichen Aufbau gemacht, um mir überhaupt wieder Muskeln im Unterkörper herzuholen. und bin da auch 12 Kilo plus Stageweight gegangen, bin dann eben wieder runter für die PrEP 2023. Also wieder 12 Kilo runter oder 11 Kilo runter etwa. Und das ist natürlich mit dem Gewebe, müsst ihr euch ja vorstellen, das dehnt sich aus und muss sich dann wieder zurückbilden. Und das ist ja eben auch etwas, was halt Zeit benötigt. Und hier ist einfach eine genetische Veranlagung, die zugrunde liegt, wenn dein Bindegewebe halt nicht das Beste ist. Und wenn es langsam ist, dann kommt es einfach das eine zum anderen. Und somit haben wir festgestellt, gut, Wasser ist bei mir auch noch ein großes Thema. Ich halte halt gerne Wasser im Unterkörper. Das war auch noch ein Thema, wo wir erst dachten, gut, ist es jetzt das Gewebe, ist es das Wasser, ist da noch Fett drin. Wir haben es nicht ganz sehen können. Am Ende des Tages haben wir, beziehungsweise habe ich dann auch für mich selber das Experiment wagen wollen. Lass doch einfach mal diese, ich habe immer so eine Wasserstrumpfhose 24-7 getragen. Die habe ich auf Rezept verordnet bekommen vor vielen Jahren, da war ich 18 oder 19, weil ich immer so viel Wasser in den Beinen einlager und richtig schwere, richtig, richtig schwere wehtunende Beine und Schenkel hatte und meine Venenklappen im Unterkörper nicht funktionierten. Also das ist eher wieder ein Wasserthema, leichte Ödeenbildung und so weiter und so fort. Lymphe, Abtransport, alles funktioniert nicht so schnell. Also du hörst jetzt hier gerade viele Begrifflichkeiten, bedeutet einmal Bindegewebe, also schnell Wasserbindung, Abtransport, Wasser, Venenklappen funktioniert nicht so gut. Also es ist alles so ein Zusammenspiel. Und das alles hatte, also habe ich eben dann eine Strumpfhose für bekommen, dass ich die 24-7 trage, außer im Training oder halt außer auf einer Bühne oder so. Und die habe ich auch immer getragen und konnte dann das Wasser dadurch ein bisschen im Rahmen halten. Jetzt kommt die Krux an der Geschichte. Bitte, diese Strumpfhose war natürlich förderlich, damit ich nicht so viel Wasser am Tag einlagere, aber gleichzeitig wieder unförderlich, kontraproduktiv, dass sich das Gewebe überhaupt, dass sich das erholen kann. Weil wenn du ein Gewebe, stell dir das mal vor, die ganze Zeit so einengst, das hat ja gar keinen Freiraum zum Atmen. Da kommt keine Luft dran, das kann sich nicht wirklich entwickeln so, weil es nicht frei ist. Es ist ja ständig zusammengepresst, wie so eine Leberwurst halt. Und das hat dazu geführt, dass es einfach, wenn du die Strumpfhose ausgezogen hast, muss ich verstehen, so lasch wurde. Keine Bindung, kein Halt, keine Festigkeit mehr da war vom eigenen Gewebe selbst. Irgendwie logisch, wenn ich es mir im Nachgang jetzt so mit meinem Verstand rational das eine zum anderen führe, jahrelang habe ich das nicht gesehen. Und das war tatsächlich ein großer Schlüssel bei mir. Ich habe die Strumpfhose dann weggelassen nach den Wettkämpfen. Und Achtung, die Form wurde Woche für Woche besser nach den Wettkämpfen. Und ich dachte mir so, jetzt könnte ich Wettkämpfe machen, aber es sind keine. Da waren irgendwelche Wettkämpfe in Indien oder ich weiß gar nicht wo, also irgendwo am anderen Ende der Welt. Und ich dachte echt so, ich will da hinfliegen, ich will Wettkämpfe machen, ich bin jetzt besser in Form wie bei meinen vier Shows. So eine Scheiße. Naja, hat schon gejuckt unter den Fingernägeln, wenn du das dann siehst. Aber super spannend, dachte ich mir, geil. Okay, also gut, das wird ein Schlüssel sein. Wir machen da jetzt genauso weiter. Und dann haben wir uns auch dazu entschieden, mein Coach Stefan Kienzel und ich, dass wir in der Improvement Season einfach nicht zu massiv das Gewebe jetzt wieder negativ beeinflussen und herausfordern, weil das muss ich jetzt gerade mal ganz gut erholen. Und wir machen halt eine Improvement Season, gehen also so zwischen drei bis fünf Kilo über Stage Weight, aber nicht höher. Also es waren so round about drei bis vier Kilo, kann ich euch jetzt sagen, ne, über dem Stage Weight entwässert dann fünf Kilo. Okay. Und halten aber meine Form relativ gut in der Improvement Season. Vielleicht sagt ihr das auch was, das machen auch viele Profiathletinnen, die halt irgendwann schon so eine Muskelsubstanz und Qualität haben, wo sie dann einfach nicht mehr mehr Fleisch aufbauen müssen und einfach in diesem leichten Kalorienplus, diesem leichten Überschuss, diesem etwas mehr an Körperfett wirklich auch gut Progress und Qualitätsverbesserung erlangen können. Ja, ich möchte an der Stelle sagen, ich bin noch nicht an diesem muskulären Punkt, wo man sagen kann, ich brauche nicht mehr Fleisch, weil da komme ich dann später zu, definitiv brauche ich noch mehr Fleisch. Aber es war einfach ein wichtiges Etappenziel, da einfach auch den Körper besser kennenzulernen, eben mit dieser Geschichte Bindegewebe, keine Strumpfhose mehr. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir eben da den nächsten Schritt gehen? Und vielleicht ist es ein Schlüssel, jetzt diese Strumpfhose komplett wegzulassen. Das heißt, im Endeffekt war das das Ziel und gleichzeitig auch dann relativ schnell klar, ab dem Sommer werde ich auch wieder die Europawettkämpfe machen und so früh wie möglich dann auch in die PrEP gehen und mich vorbereiten für die Shows. Ja, wann startet ihr also dann die PrEP? Ich glaube Mitte Februar etwa. Ich habe den Stefan auch gebeten, lieber ein bisschen früher anzufangen, zumal, um ehrlich zu sein, in der Improvement Season ich da auch nicht viel anders mache wie in einer PrEP, außer ja, das Cardio war auf Null. Also ich bin wirklich nur über die Schritte gegangen, ist auch ein Riesentipp, den ich dir geben möchte. Klar, wenn du jetzt eine sitzende Tätigkeit hast, dann kannst du schon Cardio machen, Herz-Kreislauf-Technisch natürlich, rein gesundheitsorientiert oder einfach da auch ein bisschen Aktivität reinzubringen in deine Woche. Aber ansonsten geh doch halt einfach über die Schritte und heb dir doch das gute Cardio als Hebel dann auch für deine PrEP auf. Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch Cardio immer ein Stressfaktor körperlicher Natur, wo wir halt auch in der Improvement Season einfach nicht brauchen, sondern da braucht man eine gute Regeneration, wie natürlich sonst auch, aber dann nimmst du den halt einfach raus, dementsprechend Cardio auf Null und nur im Roundabout 10.000 Schritte. Und vom Essen sind wir eigentlich auch ganz gut hochgekommen, sodass ich also wirklich eine geile Performance im Training hatte. Das war natürlich das Ziel. Ich muss auch echt sagen, die Trainings waren Next Level, sodass ich wirklich die meiste Zeit nur viermal die Woche intensivst trainieren konnte, weil ein fünftes Mal hätte ich kaum ausrecovered bekommen, speziell wenn es dann zwei ordentliche Beintrainings waren. Genau. Ja, wie ist die PrEP gelaufen 2024? Ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir. Ich würde sagen, so leicht wie noch nie davor. Körperlich und auch mental. Weil es waren richtig viele Flow-Wochen dabei. Du weißt bestimmt, was ich meine mit Flow, der Zustand. Wenn einfach alles flowt, du bist in diesem automatisierten Modus, bist in deiner Routine, es läuft. Und es macht auch dann richtig Spaß und du musst nicht ständig drüber nachdenken, was tust du jetzt, sondern hey, du bist halt einfach intuitiv ein Athlet, stehst auf, machst dein Cardio, machst dein LPF, machst deine Morgenroutine, deine Mobility am Rest Day, dein Posing, schickst deine Checks ein. Es läuft. Du machst dein Meal Prep, du bist automatisiert in deiner Athletenrolle. Und das war von Tag 1 an so. Und es war wirklich, ich würde einfach sagen, noch nie in einer PrEP, sodass sie so, also ich war jetzt noch eh generell nicht die Person, die sich so schwer getan hat mit, sagen wir mal, meinen letzten Jahren. Das war am Anfang meiner Wettkampfreise anders. Aber in den letzten Jahren war ich schon die, die einfach gemacht ist für so eine PrEP. Und ja, das einfach auch immer mit Freude und Bewusstsein macht. Ich sage immer, wir entscheiden uns selber dazu. Also wenn da jemand sagt, oh Gott, ich leide die ganze Zeit nur rum, ja, dann stelle ich dir genau an der Stelle die Frage, warum machst du das? Also keine Ahnung. Also klar, wenn du es dir einmal beweisen willst, okay, aber dann, wenn du nur leidest und irgendwie die Phase für dich gar nicht als irgendwie wertvoll ansehen kannst, dann, ja, frag dich mal, ob das wirklich deins ist, ne? Und ich habe das einfach, wie gesagt, sehr leicht erlebt. Diese Reise, diese PrEP, das war, ich sage euch einfach mal was, das war auch, wenn ich all meine Lebenssäulen und Bereiche in meinem Leben hernehme, die stabilste und ja, die Komponente, die am meisten Flow beinhaltet hat. Weil ich da einfach merke, das wirst du vielleicht, wenn du Athletin bist oder selber auch sehr routiniert in deinem Tun bist als Fitness, Lifestyle, Person, die Bodybuilding liebt und lebt, ja, und den Lifestyle einfach feiert. Du musst ja gar nicht auf eine Bühne hüpfen, um das zu leben. Dann weißt du vielleicht, was ich meine, wenn ich damit, wenn ich sage, das geht einfach mit Leichtigkeit und Spaß und es läuft von alleine. Du musst einfach nicht mehr drüber nachdenken. Und ich finde, das ist, um ehrlich zu sein, ein Signal dafür, dass das, was du tust und wie du es tust, genau richtig ist und zu dir passt. Und jetzt kommt, dass ein Teil von dir ist. So, wo du merkst, einfach ein Teil von mir, es gehört dazu, ich muss mich auch nicht mehr anstrengen. Es ist nicht mehr anstrengend, was für mich vor vielen Jahren super anstrengend war, was für andere Leute eine richtige Challenge ist, ist für mich heute der größte Anker und die größte Stabilität, die größte Struktur, also es ist doch mal crazy, oder? Und quasi, wo du merkst, es gibt mir Energie, statt dass es mir Energie raubt. Auch immer ein Signal und ein Indiz dafür, dass du wirklich an dem Punkt bist, wo du in einer Disziplin verdammt gut bist und dass du wirklich Profi bist. Das möchte ich dir an der Stelle sagen. Und da brauchst du keinen Profititel in einer NPC Pro League. Du kannst den Zustand auch anders schon erreicht haben. Und dann kann ich dir sagen, herzlichen Glückwunsch, weil dann, geil, dann geht es richtig ab. Da kannst du nur richtig geil Entwicklungen machen, Progress machen auf aller Ebene. Gute Voraussetzungen. Ja, und diesen Zustand, ich sage immer, das ist das oberste Ziel in jedem Lebensbereich, immer all meine Rollen zu haben, das ist echt eine Kunst. In diesem Athletenbereich habe ich dieses Jahr in der PrEP eben, wie gesagt, den Großteil der Tage geschafft. Super leicht, super easy, es hat so Spaß gemacht. Und ja, zur körperlichen Entwicklung, der Körper hat auch einfach total gut mitgearbeitet. Ich will an der Stelle sagen, das ist ein großer Ansatz von mir mittlerweile, ein Riesenwert, die Zusammenarbeit mit meinem Körper. Und das ist ein Geschenk von ganz vielen Geschenken, die in der Scheiße meiner Riesenverletzungshistorie da liegen, wo ich eben 2022 eine Woche vor meinem Saisonstart diese Scheißverletzung hatte und erst mal richtig am Boden zerstört war. Ein Geschenk ist, dass ich meinen Körper so gut kennengelernt habe, wie noch nie zuvor. Ich bin so gut mit ihm Hand in Hand zusammengewachsen und ich kann die Signale, die Gesprache meines Körpers so krass gut verstehen mittlerweile und bin unfassbar dankbar, dass es so ist und dass dieses Geschenk, dass ich das gefunden habe und eben mit meinem Körper so geil als Team agiere und der mir einfach immer sagt, hey, was los ist quasi, wenn auch irgendwie mal was gerade nette läuft oder so, dann kann ich das gut deuten, weil der mir das einfach signalisiert. Und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute als Botschaft mitgeben möchte. Lerne deinen Körper, lerne dich einfach immer wieder erkennen in deiner jeweiligen Lebensphase. Lerne dich, wie du funktionierst, wie dein Organismus funktioniert, wie dein Körper funktioniert, lerne die Sprache kennen und du wirst unaufhaltsam, was deine körperliche Entwicklung angeht. Alles andere, das geht gar nicht. Also das ist einfach so. Ja, und dementsprechend da hat das gut funktioniert. Auch so, dass tatsächlich ich gar nicht mit irgendeiner Brechstange ran musste. Ich war die letzten Wettkampfvorbereitungen, vielleicht als Vergleich beim Cardio, immer ab irgendeinem Punkt bei einer Stunde Cardio plus ordentlich viele Steps, mindestens 10 waren mal 15.000. Und diese Prep, nur als Vergleich, habe ich bis zum Ende 30 Minuten Cardio am Tag gehabt, als maximal Cardio. Und es war auch nicht von Beginn an drin, wir haben es irgendwann aufgenommen. Und dann jetzt am Ende 10.000 Schritte am Tag plus 30 Minuten Cardio. Also das geht. Und ich habe, wie gesagt, noch nie mit so wenig Cardio so eine Form erreicht. Und auch vom Essen musste ich am Ende jetzt nicht so weit runter, wie vergleichsweise zum Beispiel 2023 und jede Prep zuvor in meinem Leben. Das waren echt schon einige. Bedeutet, ich habe immer noch vor dem Training meine Reisflocken gehabt. Und sonst im Vergleich hatte ich immer vor dem Training dann irgendwann keine Carbs mehr, nur noch ein Shake. Das war dann so immer das Indiz, okay, jetzt wird es richtig wenig an Essen. Wenn du davor keine Carbs mehr hast, jetzt wird es richtig crazy. Jetzt kommt die Crispiness. Früher hatte ich gesagt, jetzt wird es richtig hart. Aber Achtung, wie du mit dir selbst redest. Achtung, was deine Glaubenssätze, was dein Wording ist, okay. Wenn du sagst, es wird richtig hart, dann wird es auch richtig hart. Wenn du sagst, es darf leicht sein und es wird leicht, dann wird es leicht. Da komme ich aber gleich noch dazu. Das ist nämlich die schöne Überleitung jetzt zum Punkt mentale Entwicklung. Also der Körper hat nochmal ganz kurz sehr gut mitgemacht. Ich habe auch ein Blutbild machen lassen, sogar noch innerhalb der Prep. Und das Blutbild ist so fantastisch gut ausgefallen, wo ich mir dachte, crazy. Also auch der Körper hat einfach mir in jeder Hinsicht signalisiert, er hat richtig Bock da drauf und er zieht es mit mir als Team durch. Auch wenn am Ende wir natürlich faktisch, um so ein Körperfett zu erreichen, den Körper schon in den Hungerzustand bringen müssen, damit der Körperfett dazu kommt. Aber ich habe das mit meinem Körper abgesprochen. Auch die Entwässerung habe ich mit ihm abgesprochen. Und mit den Nieren, dass sie bereit sind, diese paar Tage das durchzuziehen. Und danach bekommt der Körper wieder alles. Also ihr müsst euch vorstellen, es klingt vielleicht spooky und es klingt für den einen oder anderen lustig. Oder ihr denkt euch, ich bin crazy. Also das ist mein Konzept, wie ich mit meinem Körper arbeite. Und so funktioniert es. Und ich will euch sagen, ich war nicht einmal krank in der Prep. Mein Körper hat einfach 100% Vollgas geleistet, weil ich ihm einfach auch das immer wieder zurückgegeben habe, was er gebraucht hat. Wenn er Pause gebraucht hat, hat er Pause bekommen. Ich habe meine Regenerationstage eingehalten. Ich habe meine Erholungsphasen eingehalten. Ich habe meinen Schlafrhythmus auf die Kette gebracht. Ich bin nicht zu spät ins Bett. Ich habe geguckt, dass ich immer ausreichend Schlaf habe. Davon rede ich von mindestens sieben Stunden. Klar gab es auch mal Nächte, wo man mal weniger schläft. Wenn halt wie auch immer irgendeine Unruhe da ist, dann ist das so. Aber dann gebe ich dem Körper halt auch frühestmöglich am nächsten Tag wieder etwas zurück. Also, wenn der Körper für uns leistet, dann dürfen wir uns bei ihm bedanken und wir dürfen ihm auch was zurückgeben. Unser Körper ist, wenn wir uns als Athleten sehen und da musst du nicht für auf eine Bühne gehen, ist unser Arbeitselixier und es ist ein Tempel und es ist der einzige Ort, an dem wir uns irgendwo jeden Tag befinden in uns mit dem Körper. Und wenn wir den nicht pflegen und hegen und verdammt geil gut behandeln, dann weiß ich auch nicht. Ja, also, es hat auch ganz viel mit Selbstliebe, Selbstwert und Körperempfinden und wie wir zu uns selbst sind und wie viel wir uns selbst wert sind zu tun und das kannst du genauso eben auf eine Prep jetzt auch anwenden. Ja, ist schon ein bisschen mental, auch jetzt der Part, den ich gerade sage, mentale Entwicklung, Mindset, so stark wie noch nie zuvor, muss ich dir einfach sagen, ist einfach aber auch etwas, wo ich jeden Tag daran arbeite und wo ich auch dich einfach dazu einlade, wenn du die Podcasts hier hörst, dann wirst du das wissen, wie wichtig und gleichzusetzend auch die mentale Arbeit und Komponente ist, zu körperlichen. Im Endeffekt ist es genau gleich viel Ansatz. Du kannst nicht sagen, du arbeitest nur körperlich an deiner Transformation, bringst dich in Form, wenn du deinen mentalen Muskel einfach nicht beachtest. Dann wird dich das irgendwann einholen und es wird dich limitieren. Also, sieh das Ganze genauso wie einen Muskel. Die Jules Bikini war hier auch im Podcast. Von ihr habe ich das richtig, richtig schön. Sie formuliert es als mentalen Trainingsplan. Wir machen alle unsere Trainingspläne im Gym körperlich. Wir gehen ins Gym, wir haben wegen uns unseren Rest, den Mobility Plan. Ja, wir haben, keine Ahnung, unseren Arbeitsplan. Du hast einen Arbeitsplan. Mach dir doch einfach auch einen mentalen Trainingsplan. Fang damit an. Und wenn du Tipps brauchst, hör meine Podcasts, hör die Interviews. Gerade mit Jules, da sind so viele Tipps dabei, wo du direkt danach in deine Umsetzung kommen kannst. Es ist einfach nur, es steht und fällt mit dir und ob du sagst, du machst es oder du machst es nicht. Denn schwer ist es nicht. Wir müssen es einfach anfangen und wir müssen es zur Regelmäßigkeit werden lassen und zur Routine. Und ich habe jeden Tag eine mentale Arbeitsroutine, die ist direkt schon morgens mit Dankbarkeitsarbeit, mit der ich starte. Genauso natürlich mein Journaling, wo die Dankbarkeitsarbeit ein Teil davon ist, wo ich mich aber auch mental ausrichte, meine Gedanken sortiere, meinen Fokus für den Tag ausrichte und genauso ist der Abend, den ich abschließe, mentale Arbeit. Und es sind wenige Minuten, die unterm Strich aber ein Ergebnis haben. Das ist unfassbar und das kann ich dir nur empfehlen. Ja, und genauso natürlich bei jeder Prep wird der mentale Muskel gestärkt. Deshalb finde ich auch mal abseits von dieser körperlichen Transformation und dem, was wir da so zu Gesicht bekommen, was wir uns im Aufbau aufgebaut haben und quasi, wenn wir so eine Defi-Phase machen oder eine Prep, wenn du das für dich auch mal machst, diese Phasen sind so goldwert, weil du eben nicht nur körperlich diese Faszination erlebst, was du da aus eigener Kraft und eigenem Engagement erarbeitet hast, kriegst du sichtbar erarbeitet und freigelegt, du erntest deine Früchte, sondern auch mental wirst du so stark, du wirst die stärkste und beste Version deiner selbst. Deswegen empfehle ich dir das auch, wenn du sagst, ich will hier nicht auf eine Bühne gehen, musst du ja nicht, dann mach das für dich, sag, hey, ich habe einen Tag X und darauf, da erarbeite ich meine Bestform für mich, mach ein Shooting, hol dir einen geilen Fotografen, mach es für dich, mach es für dich. Wir sollten alles in erster Linie erstmal für uns selbst machen und nicht für irgendwelche anderen so und das ist so krass und da kannst du so viel mentale Stärke mitnehmen jeden Tag und ja, nicht jeder Tag ist mit 1000% Leichtigkeit auch bei mir nicht einhergegangen. Hey, auch ich habe gute Tage und Tage, die sind nicht so gut. Ich habe Wochen, wo ich mir denke, das war eine fantastische Woche, alter Schwede und ich habe Wochen, die haben mich so herausgefordert, weniger diese Prep-Themen, die mich herausgefordert haben, aber mich hat zum Beispiel mal eine echt heftige Woche, da habe ich, boah, da waren so viele Veränderungen auch im Coaching, habe ich meine App verändert, also eine neue App im Umstieg und alter Schwede hat mich das gechallenged, so alles, was quasi mit meinem Baby, das ist mein Coaching und meine Klientinnen und Klienten, was damit einhergeht, das schütze und behüte ich, wie wenn es mein Baby ist, ja, dass ich aufpasse und da ging, also das war echt eine Challenge und da war eine Woche, sage ich euch, die Prep hat mich da eigentlich so richtig oben gehalten, energetisch, die hat mir die Stabile gegeben, das war mein Kraftanker, weil alles andere war wirklich ziemlich turbulent, herausfordernd, ja, es gibt es auch, es gibt Tage, die sind geil, Tage, die sind halt nicht so, da reflektiere ich abends, warum war es nicht so, hey, Haken dran, der Tag ist gelaufen, ich habe was daraus gelernt, ich habe was daraus mitgenommen, habe sogar was an dem Tag gewonnen, für meinen nächsten Tag, weiter geht's, am nächsten Tag bin ich eine bessere Version dadurch, wir sind nicht, wir sind nicht stark durch unsere Highs, durch unsere besten Tage, durch unsere besten Trainings, durch unsere besten Erfolge, nein, wir sind erfolgreich und werden stärker, durch die Tage, wo schwer ist, durch die Niederschläge, durch die, wo man uns denkt, Mann, scheiße, und wir trotzdem wieder aufstehen, weitermachen so, das ist das, was uns Stärke gibt und wo du einfach jeden Tag dran arbeiten darfst und diese mentale Entwicklung, dieses Mindset, das kann immer nur sich noch weiterentwickeln und das hört nie auf und ich lade dich das so ein, mach es und mach es für dich so geil, dein Leben wird einfach nur so viel schöner, wertvoller und du wirst so viel glücklicher sein und was ganz anderes ausstrahlen und eben dein Leben anders erleben, ja, mein Mindset war einfach jeden Tag maximal mit Leichtigkeit und Freude die PrEP erleben, das war, wie ich einleitend gesagt habe, auch so mein Ziel, dass ich selber sehe, dass das funktioniert als Profiathletin in dem wirklich leistungsorientierten Sport und Pflaster, das mit so einer Leichtigkeit, es darf federleicht sein, es darf einfach und leicht sein, das war mein Ziel und das ist ein ganz großer Wert von mir und mittlerweile, denn früher hatte ich, ja, andere Glaubenssätze, es muss hart sein, es muss schwer sein, wenn du richtig leidest, dann wird es ein richtig gutes Ergebnis, wow, wow, Glaubenssatzarbeit, ich sag's euch Leute, da kommt auch bald was Geiles, also bleibt hier dabei bei der Podcast-Geschichte, da habe ich einen richtigen Profi für euch eingeladen, aber jetzt wieder zurück zur heutigen Folge, ja, ich möchte auch da sagen, es kam eine Frage auf Instagram, wie schaffst du das mit so einer Leichtigkeit, es sieht so einfach bei dir alles aus, ich glaube generell, ein riesen Erfolg ist, wenn Menschen etwas richtig einfach aussehen lassen, was vielleicht gar nicht immer einfach ist, aber da muss ich noch ergänzen, was vielleicht nicht immer einfach war, dass es heute für mich so mit Leichtigkeit funktioniert, hat die Grundlage, dass es jahrelang nicht einfach war, dass es das Gegenteil war, also 180 Grad Wendung, es war knüppelhart, und es war richtig schwer, und ich kann dir sagen, ich habe so viel Learnings gemacht, ich nenne es heute Learnings, weil sicherlich auch Fehler vielleicht für einige jetzt ein Begriff wäre, wo ich aber sage, nein, es sind Learnings, deswegen kann ich es mit Leichtigkeit heute erleben, weil ich habe immer gedacht, scheiße, es muss richtig hart und schwer sein, und ich hätte, wenn du mir das erzählt hättest, so eine Prep kannst du mit Leichtigkeit und Freude und Spaß machen, ich hätte dir sowas von den krassen Folgen gezeigt und gesagt, geh mir weg, du spooky, esoterische, spirituelle, was auch immer was, hätte ich dir gesagt, vor ein paar Jahren safe, heute sitze ich hier, beweise es mir selber, dass es geht, es ist alles eine Einstellungssache und Einstellung hier oben, aber natürlich auch eine Erfahrungssache mit den Jahren und wie du es selber für dich erleben möchtest und wie du es selber für dich machst, ehrlich gesagt, du hast es selber in der Hand, machst du es mit Leichtigkeit oder machst du es mit dauerhafter Schwere, mit Härte, mit Kampf gegen dich, gegen deinen Körper, aber ich habe das jahrelang gemacht, wow, soll ich dir was sagen, es hat mich ehrlich gesagt sehr viele Jahre gekostet, Progress zu machen, wenn du gegen deinen Körper arbeitest, gegen dich, immer Glaubenssätze in dir rumträgst, es muss hart sein, muss schwer sein, nur dann bin ich was wert, nur dann kriege ich Ergebnisse und so, es limitiert dich, bin ich davon überzeugt, löst es auf und bring Leichtigkeit rein und wenn du da Schwierigkeiten bei hast, ich unterstütze dich gerne, das ist ein Grundwert und Ankerwert auch in meinem Coaching, den ich lehre, meinen Klientinnen, auch meinen Athletinnen, dass es leicht sein darf, es darf Spaß machen und genauso auch bei einer Athletin, die auf eine Bühne geht, es darf Spaß machen, es muss nicht hart und schwer sein. Wettkampfdebüt in Mailand, gerade mal eine Woche her, ich bin noch sehr präsent im Nachwirkungszauber dieses Saisonauftakts, wie lief die Reise, vielleicht dich da mal abzuholen, die war so wunderschön, was soll ich dir sagen, warum, es war einfach Lukas und ich und das war schon lange nicht mehr der Fall, in den letzten Wochen haben wir wenig Zeit zusammen, wir sind sehr intensiv eingespannt, beide in unseren Rollen, weil eben viel Veränderung passiert zum 1. Juli ist Lukas sozusagen mit bei mir im Joy-Universum tätig, aber bis dahin war er auch noch in vieler anderer Hinsicht gebunden und dementsprechend, wow, ach, bei uns beiden ist super viel, einfach, du hast sicher die Folge gehört und es ist einfach sehr intensiv gewesen, wir haben uns teilweise abends um 22 Uhr gesehen, wenn wir ins Bett sind, morgens um 6.30 Uhr, 6 Uhr, wenn wir aufgestanden sind und ansonsten den ganzen Tag über nicht und ich habe ihn total vermisst als Mensch, als Mann, als Partner und auch einfach mal eine Zeit, eine Reise, ein paar Stunden mehr wie eben nur so kurz zwischendurch und mal mit ihm Zeit zu verbringen, ich habe mich so gefreut neben dem Wettkampf so halt auf die Reise mit dem Lukas an sich und ja, es war richtig schön, wir sind mit dem Auto angereist nach Mailand, das sind so, man guckt um die 6 Stunden, waren dann doch ein bisschen mehr vom Fahren mit Stau und so weiter waren es dann 8 Stunden hin 8 Stunden zurück ist schon eine Dauer aber ich sage euch mal was im Herbst sind wir nach Polen gefahren, hatten eine Autopanne, waren 20 Stunden im Auto danach sind 8 Stunden gar nichts mehr so du kannst auch diesen auch diesen Muskel der ist ausdehnbar alles wieder seine Vorteile also es ging echt sehr gut dann Auto anreißen finde ich immer sehr fein weil ja, ich lagere da einfach weniger Wasser ein wie wenn ich fliege tatsächlich kennst du vielleicht beim Fliegen lagert man vielleicht auch mal Wasser ein ach und irgendwie finde ich es auch stressfrei du packst dein Zeug ins Auto auch wenn du 8 Stunden da drin bist keine Ahnung dann bin ich natürlich sehr dankbar dass Lukas die meiste Zeit gefahren ist und ich sozusagen nebenher arbeiten konnte mittlerweile hast du ja meistens irgendwie 5G Internet dann kannst du also überall alles voll richten und ich konnte ganz normal meine Arbeitsblöcke machen genauso natürlich konnte ich aber auch Füße im Auto hochlegen meine Athletenrolle wirklich ernst nehmen und es war alles also wirklich entspannt weil wichtig ist in der Peak Week Stress runter 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 so wenig Stress wie möglich genau und dementsprechend war die Anreise super wir hatten ein tolles Apartment in Mailand ganz kurz by the way Mailand hat mich total enttäuscht also ich weiß nicht Leute ihr kennt mich ich sag immer ich suche immer das Positive und ich finde auch eigentlich immer irgendwas Gutes irgendwie war in Mailand es echt schwierig irgendwas Schönes Gutes zu finden also ich meine jetzt mal rein an der Stadt an der Gegend irgendwie nee war der Vibe gar nicht schön und die Stadt nicht schön und keine Ahnung aber ja ansonsten unser Apartment war schön unser Apartment war richtig schön die Reise war schön und mir war das auch relativ egal ich war ja nicht dort irgendwie um die Stadt zu bekunden und anzugucken und Sightseeing zu machen das nur mal ganz kurz by the way Apartment war super hat alles wirklich reibungslos funktioniert ist ja auch immer nicht gegeben Reise ohne Panne also schon mal gut dann am Abend war direkt das Pro Meeting quasi da sind wir direkt also kurz ins Apartment dann gleich zum Pro Meeting aber alles voll stressfrei das war so cool dort dann meinen Coach den Stefan kurz getroffen meine Teamkollegin Christina Brunauer die andere deutsche Deutschen zwei Athletinnen Sarah Neuheißel und Nora Neumann war cool auch ein paar andere deutsche Athleten die genau die auch gestartet sind mit ihren Partnerinnen oder so mit da waren das war richtig schön ein bisschen Austausch ein tolles Pro Meeting die Organisation diese Veranstalter von Mailand gigantisch Flex Weekend Pro ey mega ich bin total begeistert das lief so am Schnürchen die haben die Zeiten eingehalten und ja war einfach ein geiler Ablauf muss ich wirklich sagen und es hat sich durchgezogen bis zur Show Wettkampftag wie lief es bis dahin auch da hat sich irgendwie dieser entspannte Vibe durchgezogen Carb Up war super wir haben ganz normal aufgeladen das war im Herbst auch nicht immer der Fall weil halt wir dieses Wasserthema hatten und haben uns nicht getraut mit Carbs zu laden und dann haben wir da mega die Hungerspielchen gemacht und irgendwie nur noch Eiklar und Gemüse und irgendwann gar kein Gemüse mehr und naja nun ja also das war jetzt dieses Mal nicht der Fall wir haben ganz normal Carb Up gemacht eben einen Tag dann mehr Carbs den Tag vor der Show haben da noch ein paar Checks an meinen Coach geschickt die Form wurde auch immer besser und so hat sich das fortgezogen und ich hatte auch die ganze Zeit so einen positiven Vibe und war einfach gut drauf und es war alles entspannt und ja das hat sich durchgezogen bis zum Wettkampftag selbst der Wettkampftag war Sonntag die Show war abends ab 17 Uhr und Sonntag ist bei mir im Coaching immer ein recht intensiver Tag da checken viele ein stellen ihre Updates ein das heißt da ist immer relativ viel Arbeit für mich als Coach von der reinen Coachrolle und ich habe da auch nicht gesagt irgendwie an alle vom Coaching hey keine Ahnung stellt den am nächsten Tag ein oder ihr kriegt erst am nächsten Tag Feedback weil ich nee also wenn die Show um 17 Uhr ist dann kann ich doch davor ganz normal meine Arbeiten vollrichten das ist doch etwas was mir auch Energie gibt und jetzt nicht irgendwie Energie raubt und ich will für meine Leute genauso da sein so das ist ein Teil von mir das ist ein Teil von mir und dann habe ich ganz normal meine Arbeiten gemacht zwischendurch immer noch meinen Check an den Coach dann war um 15 Uhr Make-up ich hatte Tanning durch eine ganz 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 arg liebe Profikollegin und mittlerweile auch Freundin die Andrina falls sie es hört vielen vielen Dank nochmal meine liebe Andrina das war voll das Geschenk durfte ich ihr Tanning nutzen weil sie beim Wettkampf leider nicht dabei sein durfte oder konnte war dann von Proton am Tag davor einmal angesprüht und am Showday selber genau hatte ich auch noch einen Termin lief alles wie am Schnürchen Make-up ich wurde einfach nur maximal verzaubert von Celine LeGrand die Frau hat einfach dieses Handwerk so krass in sich die ist dafür geboren ich war so verzaubert und ja wow geilstes Make-up überhaupt und dann war auch danach ging es eigentlich ratzfatz zur Halle und dann kamen auch kamen wir auch schon gleich um 17 Uhr so 17 Uhr 30 18 Uhr war es dann vielleicht etwa dran vielleicht ganz kurz mein Mindset vor der Bühne um mich da mal noch abzuholen ich hatte die ganze Zeit so eine Leichtigkeit in mir drin und die ganze Zeit so eine krasse Freude und es hat sich die ganze pik pik durchgezogen ich war so wie geil ist es mega jetzt geht es los endlich und Achtung das ist ein riesen Unterschied zu früher weil der Wettkampf an sich war für mich immer einhergehend mit das ist eine Challenge das ist eine Herausforderung weil das ist nicht so mal naturell in einem Bikini angemalt als Person die sich früher total unwohl mit sich im Körper gefühlt hat auf so eine Bühne zu steppen also es war für mich echt immer was so das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein angeht und wow immer schon sehr raus aus der Komfortzone mag man vielleicht nicht glauben weil hier im Podcast und was weiß ich vielleicht in Instagram und überall erlebst du mich wahnsinnig selbstbewusst und groß und voll in der Kraft und Stärke mag sein ich habe genauso meine Themen wo ich manchmal super klein werde oder wo ich halt selber einfach noch viel an mir arbeite und da gehört schon dazu auch auf eine Bühne rauf zu steppen eben die Wettkampfbühne und dieses Mal ich hatte so eine Vorfreude ich habe mir ich will da endlich rauf da am Tag vorher war das Tanning von Proton direkt hinter der Bühne und ich habe dann da schon gesehen da war ein regionaler Wettkampf wie die Leute auf der Bühne waren und ich dachte mir so wie geil bin voll so auf das Bühnenfieber bin schon voll ins Bühnenfieber gekommen dachte mir ich will da endlich rauf ich will endlich da oben strahlen wann geht es endlich los und so hat sich das durchgezogen das war so krass dieses Gefühl das war kein Fake den ich mir irgendwie selber aufferlegt habe irgendwie so ein Fake Film den ich mir so quasi auf die Art Rätsel so lange ein wie nur geht geht ja auch ja ein Glaubenssatz und dann wird das so nee sondern ich habe das wirklich wirklich aus mir raus gefühlt geil diese Energie wirklich so schön diese Leichtigkeit und diese Vorfreude das ich wünsche es jedem da draußen dass man das als Athlet als Athletin mal erlebt das ist so wunderschön und ja mein Mindset war du hast jetzt schon weil die Prep einfach so geil war du hast jetzt schon gewonnen und du hast jetzt schon deine Bestform weil ich habe das am Tag davor auch schon mein Coach hat gesagt Johanna so eine Form hattest du noch nie die Rückseite war frei und das war auch mein oberstes Ziel Leute ich will natürlich meine persönliche Bestform bringen verbessern zum Herbst 2023 und dieses Unterkörperthema dass ich meine Rückseite endlich mal zu Gesicht bekomme wie die aussieht hinten wie der Glutz aussieht will ich sehen und es soll frei sein und ich habe es geschafft und es am Tag vorher schon und am Morgen zu sehen und der Stefan schreibt so in Form warst du noch nie zu wissen du hast die Bestform da dachte ich mir ich habe gewonnen und jetzt ist alles extra Zugabe extra Belohnung geil du nimmst es on top mit die Kirsche auf der Sahnehaube einfach nur genießen es kann gar nichts passieren du hast gewonnen es ist doch wie geil ist das und da oben einfach nur da rausgehen und das was du gerade fühlst auf die Bühne bringen diese Ausstrahlung das ja und um dich da auch abzuholen genauso war es bekannte Frage Instagram im Sticker hattest du Spaß auf der Bühne alter Schwede ja man ich weiß nicht ob du mein YouTube Video angeguckt hast den Vlog von Italien guck ihn dir an ich denke man sieht es bei meinem Walk ich habe so krass gestrahlt ich habe mich selber ich habe das Video danach gesehen nach mir crazy und das habe ich wirklich gefühlt ich habe mich noch nie in meinem Leben so leicht befreit beflügelt und voller unfassbarer geiler Energie gefühlt darauf zu laufen ich habe mich wohl gefühlt auf der Bühne das habe ich noch nie in meinem Leben sagen können mir selbst alter Schwede deswegen es war so geil und das wollte ich ausstrahlen wenn du mich fragst was wollte ich ausstrahlen das wollte ich ausstrahlen Leichtigkeit Spaß Freude pure Sonne helle Energie bam hier bin ich das wollte ich ausstrahlen andere denken sich so ja die wollten halt so körperlich ich wollte auch körperlich meine Bestform bringen und das habe ich auch gebracht die Bestform mit so einer Ausstrahlung das ist für mich tschakka ja so und das habe ich geschafft und hat mich einfach nur mega mega voller Stolz und Happiness erfüllt und wenn du mich fragst war das definitiv mein Highlight der Moment auf die Bühne rauf zu laufen und auch wieder der Moment von der Bühne runter zu laufen wo ich die 4-5 Treppenstufen runter gehe und mir gedacht habe Alter wie krass hat sich das jetzt angefühlt ich war so beflügelt andere hauen sich Drogen rein ne und ich habe mir gedacht so Alter das ist ja so eine Droge Mann weißt du ich sage immer sei deine eigene Droge dann brauchst du keine Drogen und das war wirklich so eine krasse Droge ey wunderschön wunder wunderschön ich wünsche es wirklich jedem und auch wünscht es jedem Athleten jeder Athletin dass ihr das mal so erleben mit so einer Leichtigkeit und weniger Verbissenheit einfach ähm hey wer will nicht gewinnen wie geil ist denn das theoretisch von über 30 Mädels waren wir über 30 Weltklasseniveau Profi Mädels die wirklich alle verdammt stark waren Leute ihr macht euch wahrscheinlich schon ein Bild weil ihr ja tief drin seid vermutlich wenn ihr diesen Podcast anhört aber crazy was für Kaliber das sind alter Schwede immer so mit solchen Leuten stehst du da oben krass Mann und dass ich da oben stehen darf mit solchen Leuten und mich messen darf das ist das für mich ist das verrückt verrückt deswegen mega pure Dankbarkeit Happiness absoluter Highlight Moment dieses Gesamtfeeling so erlebt zu haben einen Bühnenmoment wo ich noch nie in meinem Leben erlebt habe ist schon maximal gewonnen und ja ähm meine Herausforderung wenn du mich fragst was war die Herausforderung cool oder ich muss wirklich lange überlegen überlegen ich hab diesen Podcast ich hab das jetzt nicht geskriptet oder so ich möchte das sehr authentisch sehr natürlich frei raus machen ich hab mir nur ein paar Punkte einfach damit ich dich etwas strukturiert mitnehmen kann aufgeschrieben um roten Faden sondern aber eine Herausforderung weil viele da auch immer danach fragen ich glaube es war dieses Jahr in Gesamtheit hatte das nie was zu tun mit der PrEP an sich mit meiner Athletenrolle sondern halt drumherum viele Veränderungen in meinem Leben viel Umschwung und eher dass da viel Herausforderung war ähm wo ich dir aber echt sagen kann dass dann eben mein PrEP-Dasein mir ganz viel Stabilität Energie und Halt gegeben hat und das hat mir ganz viel Energie gegeben und es ist eine stabile und das ist ein Anker und es kann wirklich einem Kraft geben auch wenn faktisch wir am Ende mit eben so einem Körperfett rumlaufen also ich kann ich hab mich selber manchmal gefragt so wie geht denn das wo nimmst du die Energie her also rein rechnerisch wow ähm krass aber es funktioniert wenn du etwas mit Herz machst mit Leidenschaft machst wenn du merkst das ist etwas das gibt dir Energie du weißt warum du das machst mit Leidenschaft Freude Leichtigkeit und Herz bei der Sache bist und da kann ich nur wieder mein absolutes PrEP-Motto hernehmen und generelles Motto kenne dein Ziel aber liebe den Weg so dann kannst du auch kleine Challenges die in anderen Lebensbereichen waren und Herausforderungen waren kannst du meistern ja mein Fazit es geht es geht es darf leicht sein und einfach sein es darf Spaß machen und es muss nicht hart und schwer sein und vielleicht auch noch Fazit jetzt um dich mal weniger auf der mentalen Ebene abzuholen und was mein Mindset generell zu dem Thema angeht ähm ich hab danach natürlich gesehen okay stell dich mal im Vergleich zu den anderen Mädels also ich bin im letzten Vergleich gewesen ja bei über 30 Mädels und ich natürlich natürlich ey wäre das geil gewesen mal in einem zweiten Callout zu sein oder natürlich auch in einem ersten Callout keine Frage ich hab aber Augen im Kopf und ich sehe was die da gerade sehen wollen und was auch die das Profi Niveau ist ähm der Martin Hahn Grüße gehen raus Martin oder Selina falls ihr das hört der hat auch ein tolles YouTube Video gemacht wo er also der hat ein paar Livestreams auch angeschaut und wo er die einzelnen Bikini Mädels bewertet hat auch oder genau also seine seine Meinungen so gesagt hat was auch so die Performance und Entwicklung der Form und so weiter des Brokers angeht hat er absolut recht gehabt mit jedem was er gesagt hat und auch bei mir ähm was fehlt es bei der Johanna natürlich an Muskeln ganz klar ich hab vermutlich auf die Körpergröße von anderen Athleten die in dem ersten und zweiten Callout sind fehlt es mir auf die gleiche Körpergröße wahrscheinlich an mindestens drei vielleicht sogar vier Kilo Muskeln aber vielleicht möchte ich es gar nicht unbedingt nur am Kilo jetzt festmachen also mein Glut speziell mein Popo ist einfach zu klein ähm der ist von hinten ja der ist jetzt sichtbar und das macht mich wahnsinnig stolz und jetzt kann ich endlich auch sehen er ist sichtbar und jetzt weiß ich faktisch er ist zu klein so na klar tut kurz mal weh pain in the ass denkst du dir fuck muss ich hier sagen ne hab mir auch kurz gedacht so alter so du hustlest da schon und trainierst im Gym und machst alles was du nur tun kannst arbeitest mit schon strukturierten Trainingsplanen gibst alles challenge dich in jedem Beintraining wow wirst da stetig besser triffst noch besser deinen Muskel arbeitest dich wieder neu ein in die Bewegungsmuster und so weiter die Qualität wird immer eine bessere und so Leute ich weiß was bei mir zugrunde liegt und bei mir liegen zwei Jahre zugrunde 2022 eben eine Verletzung die mir im Unterkörper meine Muskulatur erstmal weggepustet hat ich kann nicht erwarten dass also ja es gibt genetische Freaks und es gibt sicherlich auch Möglichkeiten wo du in dieser kurzen Zeit die ich im Endeffekt dann hatte seitdem ich wieder ordentlich trainieren kann und nicht mega eingeschränkt im Unterkörper es waren ja gar nicht viele Monate wo es für mich möglich war da wirklich einen krassen Popo wieder aufzubauen und ich glaube da habe ich wirklich ein Maximum rausgeholt und jetzt hat natürlich meine Saison geht noch weiter komme ich gleich zu aber ist für mich auch das Ziel ey ich will mehr Popo aufbauen ich will mehr Glut so ich will da auch so einen Pferdehintern haben habe ich Bock drauf weil jetzt da geht es mir gar nicht drum zu sagen ja Mensch jo ich will da jetzt irgendwie ganz vorne immer mit dabei sein oder so ich finde es auch geil einfach wieder einen geilen Glut zu haben ich muss dir sagen aktuell der ist ja wirklich winzig also irgendwie ist es stimmig weil ich bin generell so winzig denke mir so ja gut irgendwie bist du generell so ein schmales zartes Wesen aber ich will wieder mehr Po und ich freue mich da ehrlich gesagt jetzt schon auf den Aufbau und auf einen richtig geilen Po Progress bin schon sehr am rumtüfteln und überlegen was ich da tun werde ja um maximalen Popo Progress zu machen im Aufbau aber das wird ein anderes Thema das ist jetzt so mein Fazit es kam noch eine Frage in der Insta jeder Wettkampf wird individuell dann hast du einen Lieblingsmoment auf einem speziellen Wettkampf oder sind sie alle auf ihre Art toll da hast du meine Liebe die Frage gestellt hat absolut recht jeder Wettkampf ist individuell und es gibt glaube ich von jedem Wettkampferlebnis möchte ich sagen weil es ist für mich immer so dieses ganze Wettkampferlebnis wo ich sage das kommt in meine Erinnerungsspeicher und das packe ich ein und nehme das mit in meine weitere Lebensreise und das ist so wunderschön das einfach weiter mitzunehmen diese Erlebnisse und das was ich für immer hier oben drin habe wow ich immer wieder gern drauf zurückblicke und das ist bei jeder Wettkampfreise und bei jeder Show ehrlich gesagt was anderes es ist sehr individuell und dieses Mal wird es ganz bestimmt sehr stark mit dem Bühnenmoment an sich zu tun haben weil es für mich einfach eine ganz große Bedeutung ist mit so einer Befreitheit und Leichtigkeit da rauf zu gehen mich so maximal wohl zu fühlen gut zu fühlen so eine geile Ausstrahlung die ich mir so gewünschen habe da raus zu bringen weil ich es geschafft habe das was ich spüre und fühle nach draußen zu tragen also mein Inneres konnte ich nach außen ausstrahlen und das ist nicht selten so dass Leute das halt in sich tragen aber nicht schaffen nach draußen zu geben verstehst du dass dein Äußeres nicht zum Inneren passt oder andersrum und das konnte ich eben schaffen und das fand ich für mich war ganz ganz bedeutsam und die Reise mit dem Lukas an der Stelle Babe wenn du das hörst ich weiß nicht ob du den internen Podcast anhörst aber danke für die wunderschöne Reise danke für deinen Support es ist nicht selbstverständlich wie du mich als Beschützer und eins zu eins Betreuer Behüter Ehemann Geschäftspartner Manager alles was auch immer du alles für mich bist du bist ein Teil von mir du bist mein zweiter Teil und dieses L Leute das steht natürlich auch für Leichtigkeit für Liebe Leichtigkeit Leidenschaft ganz besonders für Lukas und es war so besonders das mit ihm so zu erleben nur er und ich viel Zeit zusammen und ja alle die uns jetzt schon länger verfolgen wissen was auch der gemeinsamen Reise bei Lukas und mir dieses Wettkampfthema und diese Reisen immer die Reisen manchen Gesamtheiten eine Prep als Reise zu sehen und dann das alles irgendwie was wir da zusammen erleben und durch haben unglaublich unglaublich und dieser Support jetzt er war das erste Mal quasi nicht selber in Prep auf der Bühne Lukas macht ja jetzt keine Wettkampf Wettkampf Bodybuilding mehr das jetzt wie er da für mich da war und alles das das schätze ich so sehr und das quasi was alles was ich erlebe so nah mit jemandem zu teilen ich sage immer in erster Linie ist es ganz wichtig dass wir es für uns selber machen und für ihn selber lieben und feiern und ich glaube das kann ich nach außen sagen und zeigen wie sehr ich das lieb was ich tue und dass ich es lieb und lebe mit so einer Leidenschaft und Liebe und aber das eben eins zu eins mit jemandem zu teilen so vertraut und so innig das das ist das Allerschönste und ich wünsche es jedem von euch dass ihr auch so ein Teil habt also danke Babe an der Stelle für alles schaffe ich es auch wieder an in der Folge an den emotionalen Punkt hin zu kommen wow ja lasst uns zu dem Punkt wie geht es weiter kommen dann komme ich hier wieder aus meiner emotionalen in die rationalere Ebene wie geht es weiter Leute natürlich könnte ich jetzt sagen ich habe zu wenig Popo jetzt geht es in den Aufbau wäre eine Option logisch wäre ein Szenario es ist jetzt die Möglichkeit in Europa Portugal mitzunehmen einen wunderschönen Wettkampf wunderschönes Erlebnis ganz bestimmt und genauso auch noch ein dritter Wettkampf in Amsterdam und das nehme ich mit und diese vier Wochen also quasi jetzt wo du die Folge hörst befinde ich mich schon in der Peak Week für Portugal das sind ja dann zwei Wochen dazwischen von Mailand zu Portugal nehme ich natürlich mit und darauf die Woche ist Niederlande nehme ich auch mit weil dann habe ich faktisch innerhalb vier Wochen drei Wettkämpfe gemacht da werde ich jetzt nicht so viel Progress an Popo Wachstum her schenken und den kann ich danach machen den Progress da habe ich maximal Bock drauf aber jetzt möchte ich das erstmal auskosten und diese geile Leichtigkeit als Athletin auch noch auf ein paar andere Weltbühnen bringen und zwar in Portugal in Estoril bei der Mr. Big Evolution wünschen am 7.7. und wenn du Bock hast mit dabei zu sein dann folge hier auf dem Kanal weiterhin es gibt wieder einen geilen Vlog okay und genauso folge mir in Instagram lass Liebe da und ja vielleicht magst du dir auch den Livestream angucken ansonsten guck dir gerne den Vlog danach an ich würde mich mega freuen wenn du mit dabei bist und ja da freue ich mich mega drauf das heißt Portugal da habe ich 2021 in meiner ersten Profisaison meinen ersten das ist ganz besonders mein Profidebüt gefeiert das heißt es ist wirklich besonders für mich jetzt dort wieder oben zu sein und wird geil ich freue mich sehr drauf möchte ich irgendwas anders machen bis dorthin nö cool wäre die Form mindestens nochmal so zu bringen vielleicht noch ein Ticken schärfer und verbessert von der Konditionierung ansonsten nochmal mein Posing nochmal vielleicht ein bisschen für mich selbst kreiert optimieren und dann aber wieder genau das gleiche da rausbringen ein geiles Paket genießen maximal Leichtigkeit ausstrahlen eine geile Zeit haben wieder wunderschöne Erlebnisse einsammeln und den Weg sowas von genießen und diese Erfahrungen mitnehmen das ist das was unser Leben ist das sind die Erlebnisse und ja jeden Moment maximal bewusst ausschöpfen das ist mein Ziel was ist meine Mission mit den Wettkämpfen vielleicht auch kenne dein Ziel liebe den Weg ich mache das Ganze nicht wegen den Wettkämpfen ich mache das für das stetige Streben und entwickeln meiner selbst und es immer wieder mich selbst besser kennenlernen erkennen und die beste Version meiner selbst werden körperlich sowie mental und da können wir immer noch mal besser werden siehst du jetzt merke ich okay ich habe meine Best vom körperlich und mental und weiß ganz genau ey ich kann auch noch Body Brokers machen ganz bestimmt jetzt ist mein Körper gesund der hat Bock ich kenne ihn richtig gut der ist nicht mehr eingeschränkt jetzt wenn wir einen krassen Aufbau machen wir wissen jetzt vor allem das Gewebethema ist nicht mehr so ein Riesenthema wir dürfen wir wissen jetzt das Gewebe ist besser recovered ich brauche diese Strumpfhose nicht mehr ich habe das Wasserthema besser im Griff also ich habe da so viel jetzt gelernt wie durch die letzten Monate durch die Scheiße übrigens ja wo das eben ein Geschenk drin war alles passiert aus dem Grund und ja dass ich ganz genau weiß dass da viel Progress möglich ist und ich noch viel krassere Versionen von mir selbst sein kann und das ist so meine Mission das möchte ich dir auch zeigen du kannst es auch es ist doch viel zu schade immer da zu bleiben wo wir gerade eben heute sind ja keine Frage es muss immer im Gleichgewicht sein dieses stetige höher, schneller, weiter, besser und so weiter Leistungs ich muss leisten dann bin ich was wert und so ich habe auch dieses Thema weil ich eine sehr leistungsorientierte Person bin wir dürfen auch mal innehalten und sagen genau hier wo ich gerade bin ist das richtig geil und da dürfen wir dann auch richtig lang bleiben und das richtig enjoyen und genießen und ich glaube trotzdem dass wir Menschen unbedingt in irgendeiner Art und Weise dann wieder eine Weiterentwicklung das Streben nach Verbesserung nach Veränderung nach neuen Learnings brauchen auf allen Ebenen und ich sage immer am besten ist es wirklich auf allen Ebenen eben nicht nur körperlich sondern eben auch ja mental ganzheitlich ich bin auch ganz ehrlich ich check das gar nicht wie kann man denn wie kann man sagen Körper, Geist und Seele wäre nicht eins das kommt jetzt dann auch bald in der neuen Podcast Folge mit einer ganz speziellen Person wo ich super dankbar bin sie interviewen zu dürfen reden wir genau über das Thema sie sagt auch wie kannst du das denn überhaupt trennen das geht doch gar nicht und so viele Leute trennen das einfach die sehen irgendwie so den Körper als ein Teil und den Geist als ein Teil und die Seele als ein Teil wenn das aber nicht in diesem Dreieck synergiert und Einklang ist schwierig nun ja was ich damit sagen will ist alles muss sein Gleichgewicht haben ich bin aber davon überzeugt wir können immer noch mal eine krassere Version von uns selbst kreieren und das macht richtig Bock und wenn du es mir nicht glaubst ich zeig es dir folg mir weiterhin und das macht es so glücklich sich da immer wieder weiterzuentwickeln dazu zu lernen und wenn du Unterstützung dabei brauchst ich helfe dir dann melde dich tatsächlich gerne bei mir genau das mache ich ja mit meinen Leuten auch im Coaching körperlicher Natur und auch mentaler Natur das eine geht nicht ohne das andere wir machen wir holen auch bei dir die Bestform raus die du überhaupt sein kannst und kreieren einfach nur deine krasseste Version von dir das ist auch meine Mission von all denen die hier zuhören auch du kannst es ich bin der lebende Beweis dafür dass es menschenmöglich ist und don't talk go execute ich will es dir zeigen okay ich zeige es dir und deswegen nehme ich dich mit und deswegen öffne ich mich und deswegen bin ich hier und trete an nicht nur für mich selbst sondern ich zeige mich dir der Öffentlichkeit in jeder Situation verletzlich authentisch mit meinen Werten mit dem wie ich bin was ich bin was ich tue und nehme dich einfach nur so tief mit wie ich nur kann um dir zu zeigen wie es gehen kann und auch du kannst es Girl oder Boy auch du kannst es glaub an dich let's go okay wie geht es sportlich weiter ich denke jetzt tatsächlich mal als in kleinen Etappen Portugal Amsterdam Amsterdam und dann richten wir uns neu aus und ich denke wir hören uns dann schon nochmal aber vielleicht hast du schon rausgehört ich habe ein bisschen Bock und bin ein bisschen heiß auf Booty Progress Schultern habe ich schon ganz gut und so weiter ich meine ich mag auch gerne mehr Schultern ich mag Muskeln ich liebe Muskeln ich liebe aufbauen mittlerweile macht es mir auch gar nichts mehr aus mal so 10 Kilo zuzunehmen habe ich letztes Jahr auch voll gut gefühlt damit müsst ihr euch mal vorstellen wie geil das ist wenn man sich dann mit 10 Kilo mehr richtig gut fühlen kann 10 Kilo weniger richtig gut fühlen kann so das ist geil jede Phase hat Charme jede Phase ist ein Geschenk ist ein Privileg was wir da tun dürfen ist ein Luxus das darf uns jeden Tag verdammt nochmal bewusst sein dafür bedanke ich mich jeden Tag beim Universum bei meinem Körper bei wem auch immer an den du glaubst danke dafür und an der Stelle meine Lieben da draußen danke dass ihr so lange wieder mit dabei wart euch hier das was ich hier rausgebe anhört und bitte bitte lasst mir gerne Feedback da wie findet ihr die Folge ja was nimmst du persönlich für dich daraus mit was sind so deine wertvollsten Diamanten die du heute aus dieser Folge mitnimmst lass es mich mal wissen im Kommentar oder poste doch gerne etwas in deine Story weißt du es ist so schön wenn der Podcast weiter wächst wenn die Reichweite wächst einfach weil ich davon überzeugt bin damit können wir da draußen in der Welt was Gutes bewirken eine Podcast Folge ein Wort ein Impuls kann im Leben wie eines anderen Menschen der nötige Impuls sein dass sich sein Leben oder auch dein Leben zu einer helleren und besseren Richtung entwickelt zu einem glücklicheren gesünderen und besseren Leben und das ist meine Grundmission warum ich in diesem Leben antrete in all meinen Rollen das feuert mich an das ist meine Mission bei Joy by You Honey ich möchte der Unterschied sein in der Welt den ich mir wünsche ich wünsche mir Unterschied in der Welt also bin ich erstmal der Unterschied in der Welt und wenn das mit einer Podcast Folge auch zu spreaden ist nach draußen den Joy Vibe dann bitte unterstütze mich dabei spreade den Joy Vibe lass Liebe da teil die Folge mit deinen Leuten abonnier den Kanal lass ein Abo da einen Kommentar ganz viel Liebe an dich und bis ganz bald ciao ciao